Bessig, bestes Bleiben die Minen eigentlich da, wenn ich wieder lebe? Alter, so hammergeil, man. Panzer zersägt. Ja, ich bin im Jet, dass es mir zu gefährlich dauert mit dem Typen. Ups, das war ein bisschen zu tief. Nick Faye, er schreibt auch noch Idiots. Digga, ich hoffe, der stirbt an Hodenkrebs oder sowas los.